Guck mal, sieht aus wie ein A**chen. Das ist wie von der alten Oma. Richtig, für Ralle und für Martin. Ja genau, für Ralle und für Martin. Fleiß aus der A**chen von Martin und Ralle. Ja dann, wo sind die Kuh unten? Losettenkuchen. Er frisst Maiskolben da hinten, Alter. Das ist ja noch gesund. Der Bärtige. Der Bärtige. Ich kenn keinen, der so einen krassen Bart hat wie der Tino. Der hat sich gestern Morgen rasiert. Der ist heute Morgen aufgewacht. Der ist hier fertig mit dem Rasieren. Dann fängt der da rüber immer neu an. Das ist übel, oder? Nein. Das ist auch übel. Du wolltest mich verarscht eigentlich, ey. Warum? Wir müssen ja jetzt runterkommen, Alter. Tino, ich würde dir empfehlen, wenn du fahren willst, roll bitte ein bisschen zurück. Ja. Ja. Ansonsten kannst du da fahren, wo Paolo lang geht. Da ist Smoothie, ja. Wenn du hier stehst, geht's wieder. Ja. Aber von da vorne sah es schon heftig aus. Wo ich oben reinguckte, hab ich gedacht, das ist schon immer so steil hier. Das ist mit der Kurze hier. Ja, die Matschkure hier. Ja, ja. Ah, der Trail ist schon im Ganzen, wenn er geil... Ist auch, Alter. Ist mega lang, Alter. Auf ihn zu hetzen. War doch nichts. Ja. 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 Herzlich willkommen auf Mount... Mount H. 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 Wooh! Wooh! Oh, come on! ja 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 genau shit komm da müssen wir ran wo kommt denn her die Lambois sind weg jetzt siehst es wieder jetzt kein laub mehr 3, 2, 1 meins ok ja mach mal was war jetzt alter? wenn die richtig bin ja ja wenn die richtig? ja 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 in der mitte durch so jetzt? ne genau wo wir in der letzte woche gefahren sind der konnte so ungebremst durchfahren kann man Ralle vor lassen? Ralle vor? ja warte lass mal Ralle vor aber Ralle bitte nicht so lame alter du darfst jetzt vor aber bitte nicht so lame wie immer ne madre ehrlich Victoria bitte nicht ey das kann man alles vorfahren nicht man muss voller wo nichts angst haben hier 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 Ärah aber dass ihr mich jetzt hier vorschickt komm mach Nein, das ist ein geiler, das ist ein geiler Trailer Einfach nur komplett loose Und aufgemacht Rutschi, Rutschi Ah, ich hab's nicht Aber bitte nicht nur lame, ja? Oh, ja, lang, lang Oh, ja, sicher Jawohl, so ist es gut, Ralle Oh, nein Ralle, Ralle Was macht der? Der ist vorbei, Alter Der ist tot Ah Der ist tot Der ist der Baum nur gekippt Er hat den Baum Ja, ja, der ist nix Ja Schade Nein, ich bin nur auf einem Pedal runtergegangen Jawohl, schön Jawohl, abgerollt Jawohl, Astreitino Er will mal Er will mal Aber du musst mal ein Stückchen weg, ja? Stell, Doktor So 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 Ja Die spritzen richtig Die geben alles, die Reifen Warte auf die Jungs Warte auf die Jungs Ja, ich auch Boah, geht's doch nicht Ah, geil Was ist das? Los, Alter Ja Oh, ja Oh, ja Oh, Mann 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 Jawohl, Hans, mach keinen Scheiß Das tat weh Das tat weh Das tat weh Er hüpfelt ein bisschen, er ist weggerutscht Da irgendwo vorgeballert Gott sei Dank hab ich's drauf, Alter Gott sei Dank hab ich's drauf, Alter Der Tino hat den Lebi gemacht Der Paolo macht das jetzt nicht mehr, weil er schon gestürzt ist Der Paolo, ach der Der Tino hat den Lebi gemacht Wo ist der denn? Der hat gegangen Ach, da ist das Rad Ich guck grad Der kriegt doch nix mit, der Max, Alter Der kriegt nix mit Ich hab da vorne einen Pivote gemacht Ich auch Im Stand Anna rum Und drauf sitzen geblieben Oh Das ist krass, ne? So krass war es noch nie, Emil Alter, schön Das ist ja extrem, das zweite Mal schon Das heißt, die Kamera locker Ich schatz da weg Cut, Cut, Cut Guck mal, Tino kann aber jetzt auch nicht 321 321 Akku schon wieder fast leer 321 So Fertig Wollt vorfahren? Ja, ja Oder? So lange haben wir hier gestanden Foll mal vor Was ist das denn? Wie viel Akku? 91 Uh Marc Marcelo Du? Da willst er mitnehmen Er wählt wieder grün Zieh mal, zieh mal Zieh mal, zieh mal Schade, der schöne Kicker hier Ich hatte grad schönen Flow Da ist einer abgesägt worden Aber der Harvest hat nichts kaputt gemacht Bis jetzt Der ist da hinten irgendwo Max Ich hab dich schön drauf Mach dich schön ins Intro Wo? Ja, da ist die Ja, da ist die Chicken Line Kann ich mal hier im Akku wechseln oder? Ja, mach mal Moment Ja, das war klar, da ist ein morscher Wald hier Okay Ja You alright? Ja, da bin ich nur was der durch raus Auch Paulor ist raus Was? Was? Das ist nicht normal, alter Kann man so ein Pech haben Ja Ich hab mir voll den Busch in die Fresse gehauen Voll den Busch in die Fresse gehauen Das ist aber neu hier Ja Ohne Bremse fährt der da runter, alter Brauchen wir mal eine Bremse Wir können frei Alle nicht fahren Du gibst mir gleich deinen Ranch Extender Jo, der fängt ja schon zu ruhen Ja, dann kann ich mit den Jungs ein bisschen schneller fahren Okay Ja normal Das ist Lehnboi Aha Aha Links 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 Ja, weißt du, das ist der geilste, alter Ohne Bremse Ohne Bremse Ich hab jetzt auch Angst So Marcelo Lehnboi, traut sich nichts mehr hier Ja Er ist ohne Bremse Boah, einer Bremse ist krass Ach man, du bist scheiße Ja, das ist ärgerlich Mein Bro So Ich verabschiede mich von heute Francesco ist auch nicht mehr dabei Wir verpissen uns jetzt Wir hauen jetzt ab Wir müssen jetzt fahren Ich hab keinen Rückbogen mehr Auf einmal Von jetzt auch gleich Da stellt er sich wieder ein bisschen an hier Weil Vorderradbremse ist echt überbewertig Habe ich jetzt gerade gemerkt Vorderradbremse Ohne Vorderradbremse bist du sofort weg Ja Nichts gut heute So Bis zum nächsten Mal Der Mitch macht jetzt weiter für mich SD-Karte SD-Karte SD-Karten SD-Karte 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 SD-K Pokemon was glaubst du denn den boy? Fußgänger Hallo, da kommen jetzt noch zwei runter Vorsicht, Fußgänger